Nee, komm, steckt der da jetzt fest, oder was? Also das hatte ich auch noch nie sowas. Das hatte Lord Wulsack gefangen genommen und brutal ermordet wurde. Dem Wollsack habe ich einen schmerzhaften Tod bereitet. Ich habe ihm die Zähne ausgerissen, die Zehen abgeschnitten und die Knie gebrochen. So viel Spaß hatte ich schon lange nicht mehr. Aber wie erging es euch? Habt ihr eure Beute erlegt? Ich habe eine Menge Zeit am Verhandlungstisch mit den Männern verbracht, die den König gefangen halten. Jetzt wurde das Lösegeld festgelegt. Ihr müsst sofort damit beginnen, mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln Geld aufzutreiben. Ihr sendet augenblicklich Spione in die anliegenden Grafschaften aus, in der Hoffnung, Reichtümer zu finden, um die ihr sie erleichtern könnt. Eure Spione berichten, dass die Schlange Gold in einer seiner Grafschaften hortet, in der er eiligst eine Burg errichtet. Startet einen Überraschungsangriff, um das Gold an euch zu bringen. Euch werden einige Tunnelgräber geschickt, die euch helfen werden, die Burg einzunehmen. Und weiter geht's mit der nächsten Folge Stronghold, den ersten Teil. Ich freue mich richtig, dass ich jetzt noch ein bisschen zocken kann. 12.000 Gold, Sheffield Gold. Okay, das Ziel ist mal eindeutig definiert. Was gibt's zu sagen? Eine unserer Grafschaften wurde geklaut. Das habe ich auch letzte Folge, als sie zu Ende war, gesehen. Das wird natürlich gerecht, ist natürlich klar. Und der grausame Tod von Lord Wulzak muss natürlich auch gerecht werden. Und ja, ich finde es irgendwie immer wieder eklig, wenn das Schwein spricht. Aber soll es so sein, wie es ist, das Schwein konnte nicht mal Wulzak richtig aussprechen, sondern hat ihn Wollsack genannt. Keine Ahnung, ob das Absicht ist oder nicht in der deutschen Übersetzung von dem Synchronsprecher, weiß ich nicht. Und ich denke, ich kenne die Mission auch noch gut von früher. Mittlerweile die zwölfte Mission, das Lösegeld. So, checken wir jetzt mal einmal die Hinweise ab. Strategie. Verwendet Tunnelbauer und Streitkolbenkämpfer, um die Burgwelle einzureißen und setzt dann Armbrust und Bogenschützen ein, um sie zu verteidigen. Okay, ergibt Sinn. Tötet alle feindlichen Einheiten, um die Burg an euch zu bringen. Habt ihr dies erreicht in Reparaturen vor und beginnt mit der Truppenaushebung, um die Burg vor Feinden zu sichern. Tötet alle feindlichen Einheiten, um die Burg an euch zu bringen. Okay, okay, okay. Einmal noch ein Hinweis. Erhebt Steuern und setzt Händler ein, um zusätzliches Gold zu erwirtschaften. Das ist mal logisch. Aber ja, wer weiß, die meint es ja nur gut mit dem Hinweis. Okay. Checken wir einmal ab, wie es hier so aussieht. Okay, die Zeit ist ganz schnell. Moment, fahren wir ein bisschen runter. Okay. Die Burg ist da, die eingenommen werden soll. Und das Burgfräulein. Ach, die würde ich gern verschonen, die Gute. Aber jo, hat den Falschen geheiratet und hat Pech, dass wir jetzt vor der Tür stehen mit gar nicht so vielen Einheiten. Okay. Hier haben wir, okay, ein Fluss. Was haben wir denn hier? Wölfe. Ah, ich mag Wölfe. Die sind schon cool. Und das Beste ist, die sind hinterm Fluss. Das heißt, wir können mit ihnen gar kein Beef kriegen. Endlich können wir mit ihnen mal in Koexistenz leben. So, einmal Stein, einmal Eisen, Holz, ja. So ein bisschen was läuft hier schon. Okay. Eine Jägerhütte, Bäume, Rehe. So eine kleine Wasserstelle quasi. Und ich vermisse was. Und zwar vermisse ich den Wegweiser. Wo ist der Wegweiser? Jetzt nicht zufällig da, wo wir stehen, weil ich sehe... Was gibt's? Auch nicht, ne? Vielleicht aus einer anderen Perspektive. Yes, da wo wir stehen, ist der nur die Perspektive, macht's kaputt. Diese Bäume hier quasi sind dann davor. Hier sieht man ihn auch. Hier sieht man ihn auch. Und da sieht man ihn genau nicht. Okay, okay. Gut. So weit, so gut. Dann würde ich sagen, wir schicken erstmal unsere Tunnelboys nach vorne. Moment, ihr mal darüber. Das sind quasi so Kamikaze-Einheiten, die einen Tunnel ausheben. Und sich dann quasi im Untergrund nach vorne buddeln. Und dann lassen die den Tunnel in die Mauer einkrachen. Und gehen dabei selbst drauf. Aber ja, das harte Burgleben, so ist es halt, ne? Ich weiß gar nicht, ob das so historisch korrekt ist. Aber ich glaube, ich glaube sogar nicht. Ich glaube eher vom Gaming her, dass man sich das einfallen lassen hat, so eine Einheit. Ich meine, so ein Tunnel zu graben dauert ja ewig und so weiter und so fort. Ne, ne, kann ich mir gar nicht vorstellen. Okay. Bauen wir unsere Tunnelboys. Hoffentlich werden die nicht eingegriffen. Nein, werden sie nicht. Und die graben sich auch gleich nach vorne. Und dann können wir gleich mal abchecken, wie das aussieht. Und wieder ein bisschen schneller machen. So, wie schaut's aus? Da sieht man schon so eine kleine Erhöhung, die sich nach vorne bewegt. Quasi wie beim Autofahren. Man fährt an. Und dann sieht man, oh, ja, die Rehe sehen's auch gerade. Man muss langsamer werden, um drüber zu rollen. Und dann fährt man wieder schneller quasi. Genauso sieht das aus. Hier ein bisschen motivierter natürlich. Ich meine, gehen viele auf die Spur. Aber das sollte die Mauer gut einkrachen lassen. So, zack, zack. Und dann ist es auch schon offen. Dann müssen wir eigentlich nur noch einfallen. Checken wir das mal ab. Ja, das hat jetzt die Seite getroffen. Ja, noch nicht offen. Man kann noch nicht rein. Aber ich glaube, das hier wird, ähm, rulen. Also, wenn das reinknallt, dann... Yes. Prima. Sieht doch eigentlich ganz, ganz nett aus. Haben wir jetzt hier ein wunderbares Loch, um einzufallen mit unseren Einheiten. Ich glaube, wir werden... Moment. Bin zur Stelle. Was haben wir denn hier? Ja. So. Die heben wir uns auf, später zum Verteidigen. Wie in den Tipps. Ihr werdet auch nicht gebraucht. Wir nehmen einfach die Streitkolbenkämpfer. Und ich postiere die... Drei hier hin, drei hier hin, drei hier hin, drei hier hin, drei hier hin. Und so weiter und so fort. Und dann wird das klappen. Ich glaube, ich teile sie ein. Manchmal ist es nur Muskelkraft. Was wünscht ihr? Die zwei. Die drei. Die vier. Die fünf. Bewegt euch, Hunde. Die sechs. Manchmal ist es nur Muskelkraft. Was wünscht ihr? Acht. Na endlich. Neun. Bewegung. Und die Null noch aus zwei Leuten. So, die Null. Auf ins Getrümmel. Und euch. So, wie sieht das jetzt aus? Ja. Manchmal sein. Was gibt's? Ja, hör. Manchmal sein. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Okay. Safe. Dann werdet ihr gegen die gegnerischen Boys kämpfen. Und der Rest wird verteilt. Wir haben elf Stück. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Sieben, acht, neun, zehn, elf. Das läuft. Okay. Die sind so gut wie der Futter. Manchmal hilft nur was. Wir haben Kampel. Die sind so gut wie der Futter. Ja. Wir haben manchmal sind so gut wie der Kampel. Was gibt's? Okay. Ich müsste jetzt alle verteilt haben. Yes. Da kommen sie auch alle angerannt. Ja, endlich. Oh, und dann machen wir ein bisschen langsamer natürlich. So schnell muss das nicht vonstatten gehen. Macht die ruhig kaputt. Alles platt machen, auf jeden Fall. Alles, was sich bewegt, Leute. Die sind so gut wie der Futter. Alter. So läuft's eigentlich. Ja, ja, ja. Hier hinten nur noch. Okay, die müssen alle down sein gleich. Hier hoch noch. Leute, da. Und der noch. Und der da noch. Ach, und die da noch, Leute. So, aber dann ist das, glaube ich, soweit erledigt, oder? Yes. Alles down. So machen wir einmal langsamer. Vielleicht sogar auch Pause. Nehmen unsere guten Jungs einmal rüber. Auf Pauseende. Bogenschützenbereit. Einmal rüber. Ein weiter Weg. Und euch nehmen wir auch rüber. Allzeit bereit. Und ich kann mich noch erinnern. Der Trick an der Mission war, jetzt wo ich mich an diesen einen Wegweiser hier erinnere, dass man quasi hier und hier verlängert schließt. Und dann ist es eigentlich so gut wie safe. Also, ich würde sagen, wir bauen erstmal alles, was gebaut werden muss. Wir brauchen Holz. Wir brauchen Holz. Ja, brauchen wir auch. Wir brauchen Stein. Dann brauchen wir Häuser. Dann einen Markt haben wir schon. Brauerei, Unterkünfte, Kathedrale. Okay. Ein Marktplatzschenkel. Ein Pfeilmacher. Und eine Gerberei. Okay. Dann brauchen wir noch Holzfäller auf jeden Fall. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Leut. Okay. Und dann machen wir so zu, wie ich mich erinnere, es geschafft zu haben. Wir haben Gold in der Schatzkammer der Schlange gefunden, Sire. Doch es reicht nicht für das Lösegeld. Wir müssen den Rest des Goldes anderweitig auftreiben. Ja. Wir haben 1000 Gold und brauchen 12. Das ist gut erkannt. So. Der wurde jetzt einfach runtergewarbt. Nee, komm. Steckt der da jetzt fest, oder was? Also das hatte ich auch noch nie, sowas. Vielleicht löst sich das auch mit der Zeit auf. Oder wir haben unser Loch für immer auf einem kleinen Ding. Später, wenn wir ein bisschen safe sind, bauen wir um ihn herum ein bisschen mehr und dann passt das. Okay, komm, mach mal weiter. Alles weg. Moment. Moment, Moment. Wir brauchen... Wir brauchen, wir brauchen auf jeden Fall... Gut. Was, was Ding erschafft. Wie heißt das? Ähm... Waffen. Eine gute Waffenproduktion brauchen wir auf jeden Fall. So. Okay, erstmal so weit, so gut. Die zwei auch noch. So. Dann machen wir gleich mal noch mehr Pfeilmacher hier. Vielleicht hier in die Nähe. Eins, zwei, drei, vier. Alle schön umstellen auf Armbrüste. Und dann nochmal eins, zwei, drei, vier. Das müsste erstmal reichen. Und wir haben auch nur noch 200 Gold. Oh, ist das doof. Moment, wie machen wir das jetzt am sinnvollsten? Wir holen uns, ähm... Über positive Beliebtheit... Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Holen wir uns... Oh, der Lord ist weg. Kann man wieder abmachen. Wir holen uns... Wurde weggespawnt. Über positive Beliebtheit holen wir uns... Ähm... Wir haben nicht gespielt, mein Lord. Das Volk hat eine hohe Meinung, mein Lord. Okay, jetzt sind wir perfekt auf Null. Und wir brauchen mehr von diesen Gerbereien. Auf jeden Fall, wir brauchen Gold für Gerbereien. Und wir müssen zumachen mit den Steinen. Moment, dann bauen wir erstmal ein gutes Torhaus. Um Stärke hier zu symbolisieren. Vielleicht... Ja, hier kann man eh nichts bauen. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. So. So, weiter durch. Ja, ihr könnt alle noch schon auf unsere Seite, wie sich's gehört. Liebe, ähm... Rehe. So, doppelter Torwall, ist klar. So. Und dann können wir hier nach oben ziehen. Moment. Nee, weiter vorne. Dann können wir hier nach oben ziehen. Ja, können wir. Einmal. Zweimal. So, das wird hier noch weggemacht. Das wird auch dicker. Komm. Okay, wir sollten safe sein. Natürlich nicht hundertprozentig, ne. Das ist... Ist ja klar. Aber das... Ist grad auf jeden Fall gut. Gut abgetrennt. Ja, doch. Das sieht vernünftig aus. Ein bisschen wie die chinesische Mauer hier. Okay, die chinesische Mauer. Da müssen noch von der anderen Seite Zinn ran. Aber... So mit diesen... Mit diesen... Es geht hoch und runter. Ist bei ihr auch so. Okay. So, jetzt brauchen wir Gold. Auf jeden Fall. Ich würd sagen, wir verkaufen uns Eisen. Holen uns dadurch Gold. Und bauen... In diesem Gebäude gibt es keine Arbeit, Sire. Haben wir noch Holz? Ja, wir haben noch Holz. Moment. Können wir noch... Ihr könnt das nicht doch platzieren, mein Lord. Gut, dann gibt's dreimal Eisen. Eisen ist natürlich super zum Verkaufen, um das gesamte Missionsziel zu kriegen. Aber okay. Ähm... Ja, sieht auch schon witzig aus, dass das hier jetzt zur Seite offen ist, wie die Mauer mal früher war. Aber jo, so ist das manchmal im Leben. So, Moment. Mein Bogen ist euer. Und los! Und... Eure Befehle? Okay, jetzt haben wir die ein bisschen verteilt. Das ist auch gut. Bisschen größer hier. So. Pro 5 Eisen Eingerber an Gold. Das ist super. Okay, machen wir mal... Ach komm, lassen wir das Häuschen hier. Ist doch egal. So, einmal, zweimal. Ja, das da der Kornspeicher ist irgendwie nervig. 3, 4, 5... Ja, mehr Gold haben wir auch nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6 haben wir davon. Und da haben wir 8, 9 davon. Da brauchen wir noch ein paar mehr Gerbereien schlussendlich. So, wir haben noch Holz. Das nutzen wir. Komm, haben wir mal einmal, zweimal Getreide. Weil Getreide cool ist. Das Volk hat eine hohe Meinung von euch mal. Ein bisschen Angstfaktor. So was. Das sieht doch schnicker aus. Oder so Kinder. Ja. So Kinder um meinen Baum rum. Okay. So, ein bisschen safe fühle ich mich schon. Ähm, ein paar fahren, um Stärke zu demonstrieren, wer hier der Boss ist. Na komm, einmal noch hier. So. Können wir die auch hier hinten einfach bauen, ja. Sehr gut. So, hier an die Spitze und an den Rand auch. Dann nehmen wir mal ein paar rüber. Ja. Also wenn man da jetzt angeritten kommt, hat man schon weniger Lust anzugreifen. Das würde ich hier auf jeden Fall so unterschreiben. Bin zur Stelle. Sire, Waffen geschultert. Zur Stelle. Vorwärts. Ja. Ich weiß halt nicht genau, wie ich die jetzt sichern soll. Wir gucken einfach dort, wo am meisten angegriffen wird, kommen auch die meisten hin. Okay. So. Leute kommen rein. Prima, prima. Jetzt können, dann machen wir nochmal Beliebtheit auf plus 5 mit dem nächsten Gold. Und dann bauen wir noch die restlichen 3, 4 Gerber und dann müsste das laufen. Ist auch gut, dass wir jetzt mehr von der Pfeilproduktion haben. In diesem Gebäude gibt es keine Arbeit, Sire. Also von der Armbrustproduktion. In diesem Gebäude gibt es keine Arbeit, Sire. In diesem Gebäude gibt es keine Arbeit, Sire. Schon da, aber keine einzige Armbrust. Also wird es sich jetzt ein bisschen besser ausgleichen. Okay, wo ist denn unser Lord eigentlich? Der war hier auf dieser Treppe und ist jetzt weggespawnt und ich sehe ihn nicht mehr. Kann es sein, dass der jetzt weg ist und wir gar nicht verlieren können? Ich weiß es nicht, aber das wäre natürlich ein Bug, aber ich sehe ihn nicht mehr. Okay, machen wir ein bisschen schneller. So, auf 45. Okay. Also so weit, so gut, so nice. Jetzt muss erstmal alles wieder schön reinkommen. Wir haben schon vier und wir brauchen noch ein Haus. Die Holzvorräte sind zu klein, Sire. Aber wir brauchen auch Holz. Wenn wir, wenn wir das Holz haben, bauen wir doch ein Haus. Ist klar. So, der Händler ist auch drin. Ja, Brot und Fleisch können wir uns kaufen. Okay. Steine, wir haben Steine, Leute. Steine sind cool. Zehn Steine sind sogar noch cooler. So, wo können wir den hinbauen? Den Turm. Können wir den irgendwie hier hinbauen? Nee, 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 nee. Hier, das ist das am weitesten vorne. Ich weiß gar nicht, ob das so viel höher ist als da, aber... Bauen wir ein Türmchen hin? Ach Gott, wir können... Wir können... Oder können wir... Ding bauen? Wie heißt das? Ein Burggraben ausheben? Ding. Eigentlich schon. Nicht überall. Aber es geht. Naja, es gibt bestimmt welche, die so dumm sind und dann anfangen, den Graben... Wie dazu zu buddeln? Ja, bitte. Wirklich in den Graben? Immer rein in den Graben. Boah, so viele Leute, die kann man ja richtig ausbauen. Wieso kann ich den hier nicht bauen? Ist das jetzt zu weit weg? Oder also uneben? Zu uneben? Ja, leck mich doch. Okay, dann muss es hier später eine dickere Mauer geben. Und eine Zugbrücke können wir auch nicht bauen. Machen wir das mal hier schön dünn. Moment. So. Hier ist auch zu uneben. Aber so können wir... Okay, okay, okay. 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 Okay.